Hallo ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen heute zum Tag 10 des Adventskalenders mit der super super lieben Laura von dem Kanal TastyTasty. Kanal natürlich unten zum anschauen und natürlich zum abonnieren natürlich freigeschaltet. Gerne, gerne schaut euch die Videos davor an, also nicht wundern. Ich sehe eigentlich immer gleich aus in den Videos, weil ich halt momentan es sehr, sehr schwierig habe, jeden Tag live auszupacken bzw. es fast keinen einzigen Tag schaffe. Ich habe einen so krassen Dienstplan bekommen, das ist zum Heulen ehrlich, aber das tut überhaupt nichts meiner Freude ab. Ich lade euch ja Tag für Tag ein anderes Video hoch, wo ihr sehen könnt, was die Laura mir eingepackt hat und am Tag 10 ist natürlich auch für euch die Möglichkeit, an meinem Gewinnspiel teilzuhaben. Auch Laura wird ein Gewinnspiel machen, da könnt ihr gerne bei ihrem Kanal vorbeischauen und euch ihre Sachen anschauen, wie sie praktisch einen Gewinn rauslässt. Wir haben uns unterschiedlicherweise dafür entschieden, dass ich zum Beispiel ein Paket extra dafür herstelle bzw. euch was Schönes einpacke und das an Weihnachten an euch verlosen werde und zwar an zwei von euch, ihr Süßen. Das ist, was da reinkommt, werdet ihr etwa zum 15. gesagt bekommen oder ich zeige es euch einfach und ich packe jetzt auf jeden Fall die Frage in die Runde, was macht für euch Weihnachten ganz besonders? Das schreibt mir einfach unten in die Kommentare und ihr seid automatisch in der Losbox mit drin. Und zwar hier ist Paket Nummer 10 und da steht drauf das ist ein Lidschatten und zwar ein seidiger Puderlidschatten in der Farbe. Oh, ist das toll. Ich könnte mir das sogar als Highlighter vorstellen, weil das ist gar nicht so krass. Schaut mal, das ist ein ganz, ganz toller, das sieht man so schlecht hier in dem blöden Licht, das ist so ein ganz, ganz toller, sehr, ich kann das mal auftragen hier. Also solche Lidschatten kann man auch super mit der Hand auftragen, weil die sind wirklich so putrig, die sind so toll und wie ihr seht, den Unterschied. Ich habe immer noch dieses krasse Gerstenkorn. Leute, schreibt mir bitte in die Kommentare, was ich dagegen tun kann. Das ist so ätzend, ehrlich. Und zwar, das ist jetzt voll nicht professionell, Leute, aber ich mache das total oft, wenn ich ganz, ganz schnell Hurry Up machen muss. Und zwar, guck mal, wie schön der ist. Laura, vielen, vielen Dank, der ist richtig, richtig schön. Also ich glaube, der könnte so ein richtiger Alltagslidschatten werden. Das ist ein Lidschatten, den ihr total gut so tragen könnt. Und vielen, vielen Dank, Laura. Alle, alle Informationen werde ich euch einfach wie immer in die Infobox schreiben, so dass ihr eigentlich nichts verpassen könnt, an der Verlosung teilzuhaben. Und natürlich schaut gerne, gerne bei Laura vorbei. Sie freut sich bestimmt, wenn auch ihre Abonnenten sich für ihren Kanal interessieren. Und auch mehr dazu kommt. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr weiterhin Bock auf diesen Kanal habt. Und vor allen Dingen auf diesen Adventskalender, weil ich mega gespart bin, was bis zum 24. noch alles auf uns wartet.